So, willkommen zurück. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir sprechen über Logik und Datenbanken. Das will ich also in diesem Video kurz machen. Da gibt es viel dazu zu sagen, aber zumindest so ein bisschen einen ersten Eindruck möchte ich Ihnen geben. Auch als eine mögliche Anwendung von Logik in der Informatik und von Erkenntnissen, die wir über die Logik allgemein auf dieser Abstraktionsebene gewinnen können in praktischen Systemen. Gut, willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Krütsch, Theoretische Informatik und Logik TU Dresden. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich hatte beim letzten Mal erklärt, dass man endliche Interpretationen im Wesentlichen in der Logik als relationale Datenbankinstanzen auffassen kann. Das ist ein bisschen vereinfachend. Wir wissen, eine Interpretation muss sich zum Beispiel normalerweise auch darum kümmern, wie Konstantensymbole interpretiert werden. Dann geht man in den Datenbanken normalerweise einen recht syntaktischen Weg. Man nimmt an, dass die Konstanten, die aufgeschrieben werden, auch die Elemente sind, die tatsächlich in der Datenbank enthalten sind. Wenn ich einen String als Konstante verwende, dann wird dieser String auch in den Tabellen auftauchen. Das ist also auch wieder so ein Syntax-Enel-Semantik-Ansatz, den wir von Erbron auch schon kennen, dass man vielfach die Aussagen direkt über etwas macht, was sich syntaktisch erinnert. Das ist nicht immer ganz korrekt. Auch in der Datenbankwelt wird natürlich interpretiert. Ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Zahl aufschreibe, die auf viele Arten schreiben und es trotzdem immer die gleiche Zahl bezeichnen. Also es kann schon sein, dass ich für eine und dieselbe Konstante mehrere syntaktische Bezeichnungen zulasse. Und das heißt dann nicht, dass die alle unterschiedlich aussehen in der Datenbank. Also eine gewisse Menge an Interpretationen gibt es schon, aber für viele Konstanten ist es doch eine direkte Abbildung ihrer Form als Element in den Speichern. Okay, so weit, so gut. Also Interpretationen können Datenbanken sein. Und ich hatte schon angedeutet, es gibt ein paar Unterschiede, die man jetzt erkennen kann zu Datenbanken oder einigen Aspekten von Datenbanken in der Praxis und dem, was die Prädikatenlogik abstrakt macht mit solchen Strukturen. Also einige davon sind auch durchaus bedeutsam, andere eher nicht. Einer der zum Beispiel weniger bedeutsamen Unterschiede ist, dass viele relationale Datenbanken benannte Parameter verwenden. Das heißt also, sie haben Tabellen, die vielleicht so aussehen wie hier auf diesem Beispiel, bei denen die Spaltenbezeichner haben, beschriftet sind. Hier zum Beispiel gibt es eine kleine Datenbank, die sich mit Nahverkehrsverbindungen in Dresden beschäftigt. Ich habe hier also verschiedene Linien, die von unterschiedlichen Typen sein können. Wir haben auch Haltestellen, die in irgendeiner Weise eine ID tragen und einen Namen haben und mehr oder weniger gut zugänglich sind. Und es gibt eine Verbindungstabelle, die mir sagt, wie bestimmte Haltestellen miteinander durch Linien verbunden werden, also direkt verbunden werden, welche Nachfolger- und Vorgänger-Haltestellen es dort gibt. So, das ist also ein mögliches Datenbank-Schema, würde man sagen. Ich könnte das auch so aufschreiben hier, dass ich sage, ich habe drei Tabellen und die haben jeweils verschiedene Spalten, die Bezeichner tragen und einen bestimmten Datentyp haben. Und diese Information ist so in der Prädikatenlogik eher nicht vorhanden. In der Prädikatenlogik haben wir in der Regel keine Bezeichner für die Parameter, sondern wir adressieren die Dinge nach ihrer Position. Ich lasse es mal hier so. Adressieren nach ihrer Position und wissen dann automatisch, wenn das Prädikat zum Beispiel Haltestelle heißt und dreistellig ist, dass die erste Stelle immer die ID ist und die zweite immer danach. Man kann leicht sehen, warum man in der Praxis, wenn man ein System implementiert, gerne Bezeichner benutzen möchte, Namen benutzen will, weil praktische Tabellen können ziemlich lang sein. Und es ist überhaupt nicht übersichtlich, wenn man das dann positional adressiert. Also es wäre sehr schwer zu benutzen, nicht wahr? Also es ist einfach zu leicht, da Fehler zu machen, wenn man die 47. anstatt die 46. Stelle irgendwo verwendet für ein Join. Dann würde was ganz anderes rauskommen. Das ist doch schon besser, wenn man sinnvolle Tabellenbezeichner hat. Obwohl, wenn Sie schon mit praktischen Datenbanken in Kontakt waren in irgendeiner Firma, dann wissen Sie auch, das ist nicht immer gegeben. Die Tabellenbezeichner und die Spaltenbezeichner können sehr abenteuerlich aussehen. Und gerade in Tabellen, die viele Dutzende von Spalten haben, wie es auch oftmals vorkommt, wenn so ein Schema einige Jahre gewachsen ist, ist es oftmals überhaupt nicht klar, was eigentlich in diesen Spalten gespeichert wird. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls, die Benennung ist praktisch, aber man sieht auch leicht, dass das an der Substanz nicht viel ändert. Also ob ich die Parameter benenne oder ob ich sie positional adressiere, das ist eine Präferenz. Und Sie kennen das auch von Programmiersprachen. Wenn Sie irgendwelche Structs haben, dann können Sie die teilweise in Programmiersprachen mit Namen über Memberfelder adressieren oder einfach positional mit 1, 2, 3 oder 0, 1, 2. Das macht keinen Unterschied an den Daten, die letztlich gespeichert sind. Wenn man jetzt Namen einführen wollte in die Prädikatenlogik, würde das die Syntax irgendwie ändern. Man müsste sich überlegen, wie das dann aussehen sollte. Und es würde in der Regel nicht die einfachere Version sein, wenn man Formeln ausschreiben will. Insofern ist das eher unüblich. Wurde aber auch schon gemacht teilweise. Okay, das sind benannte Parameter in den Datenbanken. Wir können uns also jetzt vorstellen, dass es relativ egal ist, ob wir die Benennung verwenden oder nicht. Wir arbeiten, wenn ich von Logik spreche, in der Regel mit Tabellen, die einfach eine feste Reihenfolge in ihren Spalten haben und adressieren das über Positionen, weil es sich leichter mit dem, was wir bisher in der Logik gesehen haben, zusammenbringen lässt. Aber es ist wirklich kein besonders relevanter Unterschied. Was will man machen, wenn man mit einer Datenbank arbeitet? Natürlich möchte man in der Regel nicht nur Daten speichern, sondern man möchte in erster Linie auch Daten abfragen können. Man möchte Ergebnisse sehen, die man aus der Datenbank produzieren kann. Und dafür brauchen wir irgendwie eine Anfragesprache. Und wenn Interpretationen die Datenbanken sind, dann sind Anfragen genau die Formeln. Man kann Formeln benutzen, um Anfragen zu kodieren. Hier ist ein Beispiel, das das veranschaulichen soll, aufgrund der Beispiel-Datenbank, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte. Die Anfrage, die Query lautet, es gibt eine Variable Z-Linie. Ich nehme hier für die Variablen tiefgestellt nochmal die Namen der relevanten Spalten mit rein, um es ein bisschen lesbarer zu machen. Aber es sind einfach nur Namen, also das Z mit einem Subskript. Es gibt so eine Variable Z-Linie. So, das gilt Verbindung X von X zu Z-Linie. Also es gibt hier einen Wert von diesen beiden X-Variablen und Z in der Verbindungstabelle. Und in der Linientabelle gibt es weiterhin einen Eintrag mit Z-Linie und X-Typ. Diese Formel hat drei freie Variablen, die ich hier mit verschiedenen Versionen von X benannt habe. X von, X zu und X-Typ. Und das heißt, wenn wir darüber nachdenken, ob eine Interpretation diese Formel erfüllt, müssen wir eine Variablenzuweisung für diese drei Variablen finden. Das heißt also, man würde, wenn man eine endliche Interpretation I hat, so etwas vorfinden wie I, gemeinsam mit der Zuweisung, die X von auf Delta 1 abbildet und X zu auf Delta 2 und X-Typ auf Delta 3, würde Q erfüllen. Also das könnte eintreten für geeignete Werte Delta 1, Delta 2, Delta 3. Und das heißt, es könnte sein, dass diese Kombination aus Datenbank und Zuweisung die Query erfüllt. Und was das letztlich bedeutet, wäre praktisch, dass es in der Datenbank eine Verbindung gibt von Delta 1 nach Delta 2, die vom Typ 3 ist. Mit anderen Worten, wenn ich alle Belegungen für die Deltas finde, die diese Beziehung hier wahrmachen, dann habe ich alle Anfrageergebnisse für die Anfrage, finde jede Verbindung mit ihrem passenden Typ. Also das ist letztlich eine Datenbankanfrage, bei der ich eine Tabelle mit drei Spalten als Ergebnis erhalten möchte. Das sind die 3x. Und die Tabelle wird definiert dadurch, dass ich sage, eine Tabellenzeile sind jeweils die Kombinationen aus Delta 1, Delta 2, Delta 3, für die die gegebene Datenbank diese Anfrage wahrmachen würde. Also für die das, was hier oben steht, gilt. Das heißt also, was das illustriert ist, Formeln, insbesondere solche mit freien Variablen, sind letztlich Datenbankanfragen. Erfüllende Zuweisungen für so eine Formel sind Anfrageergebnisse. Okay, so kann man also Logik und Datenbanken zusammenbringen. Das heißt, wenn wir das mal zusammenfassen, sieht die ganze Situation so aus wie hier. Relationale Datenbankinstanzen sind endliche Interpretationen, Tabellennamen, entsprechend Prädikatsymbolen, kleinere syntaktische Unterschiede haben wir benannte und geordnete Parameter. Relationale Datenbankanfragen sind prädikatenlogische Formeln. Zuweisungen sind die Belegungen für die Anfrageergebnisse und die logische Konsequenzrelation sagt uns, dass eine bestimmte Zuweisung ein korrektes Anfrageergebnis ist auf einer bestimmten Datenbankinstanz. Und Sie sehen, wie schön das passt. I kann nicht nur für Interpretation stehen, sondern auch für Instanz. Also eigentlich ganz gut kompatibel. Und die Datenbanktheorie arbeitet tatsächlich auch viel mit diesen ganz ähnlichen Symbolen hier. Man kann jetzt sich natürlich fragen, wenn wir Prädikatenlogik als Anfragesprache verwenden, wo steht die im Vergleich zu anderen Anfragesprachen? Zum Beispiel zu SQL. SQL ist ja nun die wesentliche traditionelle Anfragesprache für relationale Datenbanken. Und jetzt müssten wir schon uns überlegen, was unsere Prädikatenlogik, die wir jetzt hier neu einführen, als Anfragesprache damit zu tun haben könnte. Kann die mehr, kann die weniger, kann die das gleiche? Und um so etwas natürlich vergleichen zu können, muss man zunächst mal klären, wie man so unterschiedliche Dinge wie SQL und logische Formeln überhaupt miteinander in Beziehung setzen kann. Das ist ja nicht so einfach. Ich kann syntaktisch keine Ähnlichkeit feststellen. SQL hat tatsächlich auch noch einige andere Paradigmen in der Art, wie genau die Sachen ausgewählt werden. Vielleicht zeige ich dazu noch was. Und es scheint auf den ersten Blick erstmal so, dass es zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Es stellt sich aber heraus, man kann Anfragesprachen in den Datenbanken auch miteinander vergleichen, auch wenn sie syntaktisch überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sofern man ihre Ergebnisse, ihre Funktionalität vergleichen kann in einer sinnvollen Art und Weise. Und das ist das, was hier erklärt wird. Wir fragen uns mal ganz abstrakt, was ist überhaupt eine Datenbankanfrage? Was würden wir als Datenbankanfrage bezeichnen? Das ist ja nicht in erster Linie nur ein SQL-String oder eine bestimmte Sprache, die jemand definiert hat und zu sagen, das ist jetzt eine Anfragesprache, sondern ich kann auch nach der Funktion gehen und sagen, eine Anfrage ist etwas, was mir ein Ergebnis liefert, wenn ich es auf eine Datenbank anwende im Prinzip. Natürlich muss jede Datenbankanfrage irgendwie eine Syntax haben. Das heißt also, eine Anfrage Q ist ein Wort aus einer Anfragesprache. Aber es könnte jetzt natürlich sein, dass es eben, wie gesagt, eine Formel ist oder eine SQL-Anweisung oder vielleicht auch etwas ganz anderes, ja, irgendeine Stored Procedure in Lua, die Sie in die Datenbank schicken und die dann dort irgendwelche analytischen Verarbeitungen durchführt und Ihnen letztlich ein Ergebnis liefert. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Eine Anfrage wird zur Anfrage, weil sie ein Ergebnis liefert. Das heißt, jede Anfrage Q muss in irgendeiner Weise eine Anfragefunktion definieren, die ich mal F von Q bezeichne hier, benenne. Und was diese Funktion tut, ist, sie ordnet jeder Datenbankinstanz I eine Ergebnisrelation, also eine Tabelle FQ von I zu. Dass es eine Tabelle ist, das könnte man jetzt diskutieren. Vielleicht kann man auch Ergebnisse in anderen Formaten betrachten, aber man muss sich auf irgendwas einigen, wenn man was Vergleichbares haben will. Und Tabellen sind ziemlich flexibel. Da kann man sehr, sehr viele verschiedene Arten von Informationen drin ablegen, sodass das eigentlich gut ist, um viele verschiedene Sprachen zu vergleichen. Ja, also mit anderen Worten, die einzige echte Anforderung an einer Anfrage ist, dass sie uns eine Ergebnistabelle liefert für eine beliebige Datenbank. Also, dass man sie auf einer Datenbank ausführen kann und dann ein Ergebnis erhält. Und wie genau das spezifiziert wird, welche Syntax wir dafür verwenden und wie dann die Berechnung stattfinden müsste, ob es überhaupt berechenbar ist, was diese Funktion tut, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, die Anfrage definiert eine Funktion, die Ergebnisfunktion. Und mit dieser Abstraktion kann man viele, viele verschiedene Anfragesprachen fassen, zum Beispiel für eine prädikatenlogische Formel Q, wie ich sie gerade gezeigt habe, mit freien Variablen x1 bis xn, wäre diese Funktion FQ eine Funktion, die die endliche Interpretation i, die Datenbankinstanz i, auf die Relation FQ von i abbildet, die genau die Tupel, genau die Datenbankzeilen, Tabellenzeilen enthält, aus Elementen Delta 1 bis Delta n, für die gelten würde, dass die gegebene Datenbank mit der Belegung der Variablen entsprechend dieser Tabellenzeile die Anfrage wahr macht. Das wäre die Relation, die wir rauskriegen, einfach die Menge aller Ergebnisse, die man für diese Anfrage über dieser Datenbank erhalten würde. Das war ja auch das, was wir wollten. Okay. Und mit so einer allgemeinen Definition kann man sehr unterschiedliche Anfragesprachen mithilfe ihrer Anfragefunktion vergleichen. Und dadurch erhält man, naja, das, was ich hier als Satz formuliere, aber nicht näher im Detail ausbreiten werde, dieses wichtige Ergebnis, die Menge der durch Prädikaten logische Formeln Q darstellbaren Anfragefunktionen FQ ist genau die Menge der Anfragefunktionen, die durch einfache SQL-Anfragen darstellbar sind. Also, das ist der Slogan, der hier oben im Prinzip steht, Prädikatenlogik entspricht in etwa SQL. Um das im Detail zu erklären, müsste man sich natürlich etwas näher mit SQL beschäftigen. Vor allem möchte ich kurz erwähnen, was ich mit einfachen SQL hier meine. Damit sind die Teile von SQL gemeint, die am häufigsten, am weitesten verbreitet sind, die es auch am längsten gibt schon, nämlich das, was man mit den Grundoperationen Select, Join, Union und Minus darstellen kann. Nicht aber komplexere Features, die die SQL-Sprache später bekommen hat. Ja, SQL 99 hat ganz schön verrückte Dinge. Mit Recursive zum Beispiel, da kann man rekursive Berechnungen machen, das Ganze wird Turing vollständig. Also, das ist hier nicht gemeint, sondern ich meine wirklich nur die grundsätzlichen Anfragen, mit denen man relational Dinge auswählt, in der relationalen Algebra, so wie sie den Grundstein bildet letztlich für SQL. Was auch natürlich hier nicht vorkommt, wenn ich das so behaupte, sind Datentypen. Also, in der Logik habe ich keinerlei Datentypen eingeführt. Das könnte man machen, das wäre auch nicht unbedingt schwierig, aber würde eine Menge Erweiterungen in den Definitionen bedeuten. Man müsste halt dann viele technische Details mit reinnehmen in die ganzen Definitionen. Das macht alles viel komplizierter. Schauen Sie sich mal SQL an, den SQL-Standard, dann sehen Sie, wie umfangreich so etwas wird, wenn man mit vielen Datentypen und anderen technischen Details hantiert. Das haben wir uns hier gespart. Wir sagen also, alles hat den gleichen abstrakten Datentyp. Und in diesem Sinne sind die beiden gleich. Okay. Aber das ist doch schon mal ein Ergebnis. Im Prinzip, dass man sagen kann, Prädikatenlogik ist nicht einfach irgendeine Anfragesprache, die man auch, wenn man denn unbedingt will, auch relationale Datenbanken anwenden könnte, sondern Prädikatenlogik fasst im Wesentlichen die gleichen Ideen und Konzepte, die auch die wichtigste und populärste Datenbankanfragesprache, die wir auch heute noch haben, umfasst. Also das ist schon ein interessantes Ergebnis und auch eins, was schon seit langem bekannt ist. Relationale Datenbanken wurden von Anfang an auch mit beeinflusst durch die Dinge, die in der Prädikatenlogik bekannt sind. Okay. Oftmals gibt es auch noch andere Darstellungen von relationalen Anfragen, die man in Datenbankkursen kennenlernt und die ich auch nur ganz kurz hier mal erwähnen werde. Es gibt relationale Algebren, also die relationale Algebra, die es aber in verschiedenen Versionen gibt, je nachdem, in welchem Kurs Sie sie vielleicht kennenlernen. Die Idee bei Algebra-Darstellungen von Anfragen in Datenbanken ist, dass man einen Ausdruck angibt, der rechnerisch aus der gegebenen Datenbank das Endergebnis der Anfrage ermittelt. Also das heißt, wir ersetzen, wir bilden dort konkrete Operationen ab, die man ausführen kann und deren Ergebnis dann das Anfrageergebnis ist. Das führt uns also schon so ein bisschen näher an die Implementierung ran. Oft sind natürlich das nicht unbedingt die Operationen, die dann implementiert werden. Auf der untersten physischen Ebene sieht die Sache noch viel komplizierter aus, aber es ist schon etwas operationaler und dadurch etwas näher an der Umsetzung. Und es stellt sich heraus, auch in der Praxis, viele Praktiker, die eher aus der Programmierung kommen, finden es auch einfacher, über solche algebraischen Operationen nachzudenken. Also es fällt Ihnen leichter zu spezifizieren, was man machen muss, um das Ergebnis zu erhalten, als zu beschreiben, was das Ergebnis auszeichnet, also welche Eigenschaften das Ergebnis haben müsste. Sie wollen lieber die Schritte als die Qualitäten des Endergebnisses. Also das scheint mir zumindest so, das liegt vielleicht auch daran, dass das in der Informatik eine typische Sichtweise ist. Okay, aber wie ich schon gesagt hatte, auch deklarative Ausdrucksmittel, die also die Schritte völlig ausblenden, die wirklich nur sagen, was suche ich eigentlich und dem System völlig freistellen, wie das System dann dahin kommt, sind immer weiter verbreitet und haben immer größere Bedeutung. Einfach deshalb, weil wir heute so unterschiedliche, heterogene Rechensysteme benutzen. Wir haben verteilte Systeme, wir haben Laptops, wir haben Großrechner, wir haben Kleinrechner. Und all diese Systeme erfordern teilweise sehr grundsätzlich unterschiedliche Ausführungsmethoden, aber trotzdem ist es wünschenswert, ähnliche Probleme auf ihnen zu lösen. Das heißt, wenn ich meine Anfrage spezifiziere auf Datenbankseiten, möchte ich mich nicht festlegen, dass das am Ende nur auf einem verteilten Rechner mit einer bestimmten Anzahl an Knoten und einem bestimmten Speicherzugriffsmodell ausgeführt werden kann, sondern ich möchte einfach mal sagen, was getan werden soll. Und dann soll es möglich sein, dass ich diese Anfrage sowohl auf meinem Laptop teste, als auch auf dem Großrechner, den ich irgendwo hinterm Haus stehen habe, über Nacht laufen lasse. Und das sollte möglichst die selber Anfrage sein. Deshalb Deklarativität, Implementierungsunabhängigkeit in großer Werte in den letzten Jahren, der immer wichtiger wird in der Informatik und auch in den angewendeten Wandenteilen. Und da passt die Logik natürlich auch sehr gut ins Bild. Okay, also kurz über relationale Algebraien. Beispiel hier, wie das aussehen könnte. Ich hatte Ihnen diese Anfrage hier gezeigt mit den Verbindungen, wo wir von, zu und typ finden und hier für jeweils die gleichen Linien. Das heißt, wir verknüpfen zwei Tabellen, Verbindungen und Linien über die Bezeichnung, über die ID der Linie. Das entspricht, diese Verknüpfung entspricht einem Join natürlich, wie man in den Datenbanken sagt und könnte auch in etwa so geschrieben werden, hier mit einem natürlichen Join. Ich sage also, ich habe den Join zwischen Verbindungen und Linien. Was der genau tut, wird durch die Bezeichner der Spalten festgelegt. Also es gibt in beiden Tabellen eine Spalte, die Linie heißt, während die anderen Spalten unterschiedliche Namen haben. Deshalb weiß der Join, dass im Prinzip das hier oben gemeint ist. Und nachdem ich den Join durchgeführt habe, habe ich eine große Tabelle, die vier Spalten enthält. Also auch die Spalte, über die der Join ausgerechnet wurde, ist noch enthalten. Und um nur noch drei Ergebnisse zu haben, so wie es hier gedacht ist, also diesen Existenzquantor zu implementieren, der eine Variable, eine Spalte entfernt, kann ich so einen Projektionsoperator nehmen. Also das ist die Projektion auf die Spalten von zu und typ. Und das ist also ein algebraischer Ausdruck, wie man ihn oft in den Datenbanken sieht. SQL, wenn Sie das kennen, hat noch einen ganz anderen oder etwas anderen Stil, wo Variablen zwar vorkommen, aber für Tabellenzeilen stehen, nicht für die einzelnen Werte in den Tabellenzeilen. Und man hat dann solche Notationen wie hier Linienpunkttyp, um auf eine bestimmte Zelle innerhalb einer Zeile zuzugreifen. Das nennt man auch manchmal Tuple Relational Calculus. An der Ausdrucksstärke ändert das nichts. Das kann immer noch dieselben Dinge erfassen wie Prädikatenlogik, wie diese Relationale Algebra in diesem Stil hier. Aber es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise in der Syntax. Okay, jetzt wollen wir natürlich, nachdem wir erkannt haben, dass Anfragen, Purmeln und Datenbanken Interpretationen sind, die gerne auch beantworten. Und die Beantwortung, also die Aufgabe, die Antworten für eine Datenbankanfrage Anfragen zu finden, kann man logisch beschreiben. Und da kommt man zu einem Problem, was man als Model Checking oder auch auf Deutsch Auswertungsproblem bezeichnet. Das ist jetzt hier eine Formulierung als Entscheidungsproblem. Das heißt also, ich frage nicht, welche Antworten hat die Anfrage, sondern ich frage, ist diese Zeile eine Antwort? Ja oder nein? Also ich muss eine Ja-Nein-Frage stellen bei einem Entscheidungsproblem. Und so haben wir ja immer gearbeitet, wenn wir Komplexitäten zum Beispiel analysieren wollen. Und das heißt, wir haben hier eine gegebene Formel mit n freien Variablen. Wir haben eine ähnliche Interpretation, unsere Datenbankinstanz. Und wir haben n Elemente aus dieser Datenbank gegeben, aus der Domäne. Und die Frage, die wir beantworten wollen, ist, erfüllt die Datenbank mit dieser Zuweisung die Anfrage? Also mit anderen Worten, ist das Tupel Delta 1 bis Delta 1 eine zulässige Antwort auf diese Frage, eine korrekte Antwort. Das ist das Auswertungsproblem, das Model-Checking-Problem, weil man ein gegebenes Modell, weil man prüft, ob ein gegebenes Modell eine bestimmte Formel erfüllt. Und das hat nicht nur den Datenbanken eine Bedeutung in der Informatik, sondern da gibt es auch andere Gebiete, in denen man Model-Checking betreiben möchte, zum Beispiel in der Software-Verifikation. Das ist auch wichtig. naive Methode dafür wäre, für die Anfrage-Beantwortung, wenn ich jetzt dieses Problem irgendwie algorithmisch lösen könnte, wäre es, einfach alle möglichen Tupel, alle denkbaren Zeilen Delta 1 bis Delta N durchzugehen und für jede Einzelne zu entscheiden, ob es jetzt eine Antwort ist oder nicht. Dann hätte ich die Anfrage beantwortet. Das ist natürlich nicht die beste Art und Weise, da ranzugehen, aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass man die Schwierigkeit auch der Implementierung einer Datenbank-Anfrage-Sprache in der Praxis gut daran bemessen kann, wie schwer das Auswertungsproblem ist. Also wie schwer die Entscheidung ist, ob ein bestimmtes einzelnes Ergebnis nun ein Ergebnis ist oder nicht. Das ist häufig ein sehr verwandtes Problem, auf das das zurückgeführt werden kann. Okay, und deshalb fragt man sich in der Regel, wie schwer ist dieses Problem eigentlich? Okay, und da stellt sich heraus, dass das gar nicht so schwierig zu lösen ist. Auch optimale Algorithmen dafür sind nicht so kompliziert. Also mal im Gegensatz zu anderen Dingen, die wir bisher gesehen haben in der Prädikatenlogik. Wenn Sie bedenken, das Resolutionsverfahren hat uns gezeigt, wie man logisches Schließen semi-entscheiden kann. Da habe ich viele Videos lang gebraucht, um Ihnen das zu erklären und zu argumentieren, dass das tatsächlich funktioniert. Das heißt, es war ein ziemlich komplizierter Algorithmus mit vielen Unterfunktionalitäten, Unifikation zum Beispiel, die da nötig waren. Hier beim Auswerten, beim Model-Checking ist es möglich, ziemlich direkt an das Problem heranzugehen und es gleich trotzdem relativ optimal zu lösen. Zumindest im Worst-Case ist es noch optimal. Für die Praxis gibt es natürlich viele Optimierungen, die man noch zusätzlich machen möchte. Und zwar kann man das darstellen hier im Pseudocode wie auf dieser kleinen Folie. Ich habe also eine Funktion, die eval heißt. Die soll eine Formel F mit freien Variablen, ohne freie Variablen, pardon, ich habe ja das Auswertungsproblem bei der, das heißt, ich habe schon vorgegeben, wie genau die einzelnen Dinge belegt sein müssen durch die Variablen, durch die Zuweisung Z. Also, pardon, ich lasse nochmal von vorne. Also, F ist eine Formel, die Formel darf freie Variablen enthalten, I ist eine Instanz der Datenbank, eine endliche Interpretation, Z ist eine Variablenzuweisung, die für die freien Variablen in F Werte aus der Datenbank fest vorgibt. Das heißt, es dürfen Variablen hier vorkommen, aber die Variablen sind schon belegt. Ich weiß, wie die interpretiert werden sollen und ich prüfe nur, ob diese Interpretation geht. Okay. Und diese eval-Funktion soll jetzt wahr oder falsch zurückliefern, je nachdem, ob die Antwort auf das Model-Checking-Problem wahr oder falsch ist. Und das tut sie, indem sie eine Fallunterscheidung durchführt nach der Form der Formel F. Und das steht hier oben schon kurz angemerkt. Ich nehme jetzt der Einfachheit halber an, dass nur die wesentlichen oder nur ein wesentlicher Satz von Operationen in dieser Formel vorkommt. Wir wissen, dass wir syntaktisch leicht Umformungen machen können, um andere Operationen zu entfernen, ja, demorgansche Gesetze und Ähnliches. Damit kann man Disjunktionen und Alquantoren leicht entfernen. Auf Kosten mehrerer neuer Negationen und Ähnliches. Also kann ich bestimmte Fälle ausschließen und diese Fallunterscheidung hier betrachtet also vier mögliche Fälle, abhängig davon, welche Form diese Formel hat. Erste Möglichkeit, es handelt sich um ein Atom. Ein Atom über Termen C1 bis Cn, das dürfen auch Variablen sein. In diesem Fall würde ich einfach zurückliefern, ob die interpretierte und mit der Zuweisung behandelte Version des entsprechenden Terms ein Tupel ergibt, das in der entsprechenden Tabelle steht. Also das hier ist ein Tupel, das ist eine Tabellenzeile, das ist meine Tabelle, PI. Ich schaue einfach nach, ob das Ganze in der Tabelle vorkommt, dann habe ich das Problem gelöst. Also auf die Art habe ich Modelchecking für einzelne Atome betrieben. Ich muss nur schauen, ob das Atom in der Tabelle so unterstützt ist. Wenn es nun eine negierte Formel sein sollte, dann arbeitet der Algorithmus rekursiv. Ich rufe die Evaluation auf für den inneren Teil mit der gleichen Datenbank und der gleichen Zuweisung und das liefert mir wahr oder falsch und ich negiere das einfach bursch. Also ich mache hier, das ist das programmatische Not, das ist also als True False macht oder als False True. und das liefere ich zurück. Also Rekursion. Konjunktion kann ich auch leicht rekursiv behandeln. Ich evaluiere die eine, die vordere Seite mit der gleichen Datenbank und verknüpfe das bursch mit einer Konjunktion mit der hinteren, mit dem Ergebnis für die zweite Hälfte meiner Formel. Also auch eine rekursive Auswertung. Und zu guter Letzt der Existenzquantor, der sagt, es gibt ein x, sodass g gilt. In diesem Fall gehe ich einfach systematisch ohne besondere Optimierung alle denkbaren Werte x durch. Es ist ja eine endliche Interpretation, also ich gehe durch alle Konstanten c in der Datenbank durch und wenn ich dann erkenne, dass rekursiv aufgerufen die Formel g mit x ersetzt durch c, also Substitution x wird c eingesetzt, wahr wird mit dieser Interpretation und dieser Variablen zu weiß und dann liefere ich wahr zurück. Das tue ich für alle möglichen Konstanten und wenn eine davon hier auf wahr evaluiert, dann wird die ganze Funktion wahr zurückliefern, weil dann habe ich ja, dann gibt es ja einen Wert, der die Formel wahr macht. Falls ich alle diese Dinge getestet habe, die Vorschleife zu Ende ist und keiner davon wahr war, dann falle ich hier durch in Okay, das ist ein bisschen vereinfachter Pseudocode, man könnte noch ein paar Sachen diskutieren, also eine Sache, die ich schon mal erwähnt hatte, ist, dass eben Konstanten in der Regel als sich selbst interpretiert werden, das ist auch der Grund, warum ich hier die Konstante einfach in die Formel einsetzen kann. Wenn ich das nicht so machen würde, dann müsste ich diese Zuweisung x auf c, wenn ich hier, dann wäre das c eher ein Delta vielleicht, also ein Wert, der aus der Domäne stammt und nicht aus dem Bereich der syntaktischen Konstanten, dann wäre es vielleicht schlauer, das hier hinten ans z dran zu hängen und das g so zu belassen, wie es ist. Das ginge auch, wäre das gleiche in dem Fall. Okay, also in der Regel in der Datenbank spielt das keine Rolle, Konstanten sind einfach konstant. Okay, und auch die zweite Anmerkung, dass manche syntaktische Variation auch in Datenbanken existiert, die hatte ich auch schon gemacht. Okay, das ist also ein Algorithmus für das Auswertungsproblem und wir sehen schon, er ist rekursiv, aber wir sehen auch, die Rekursion ist beherrschbar, denn irgendwann kommen wir zu dem Punkt, an dem wir ein Atom vorfinden und das passiert relativ schnell. Wenn eine Formel ein geschachteter Ausdruck aus diesen Operationen ist und am Ende Atome stehen, dann kann ich nicht so oft in die Rekursion reingehen. Die maximale Rekursionstiefe, die ich hier habe, ist beschränkt durch die Größe der Formel. Also in der Regel doch deutlich kleiner als das, aber ich kann also nicht allzu tief hier gehen, das wird durch die Formel begrenzt. Und in jedem Schritt muss ich etwas Arbeit verrichten. Die Arbeit, die ich hier verrichten muss, ist nicht sehr groß. Ich schaue einfach, ob die fest vorgegebene Zeile in der Tabelle steht. Schlimmstenfalls, wenn ich keinen Index habe, gehe ich einfach durch die ganze Tabelle durch, dauert linear viel Zeit in der Größe der Datenbank, um zu schauen, ob die Zeile da vorkommt. Hier habe ich einfach einen rekursiven Aufruf, hier habe ich zwei rekursive Aufrufe und hier habe ich Datenbankgröße vieler rekursiver Aufrufe. Also das hier ist proportional zur Datenbank. Mit diesen Ideen können wir die Zeitkomplexität abschätzen. Zum einen ist die maximale Rekursionstiefe, wie ich schon gesagt habe, beschränkt durch die Größe M der Formel und N nenne ich hier die Größe der Datenbank. Die maximale Iteration und auch der rekursiven Aufrufe der Vorschleife ist beschränkt durch N und das heißt insgesamt, wenn ich mir vorstelle, wie das also durch verschiedene rekursiven Aufrufe immer wieder durch Existenzquantoren ginge, könnte ich damit höchstens N hoch M Iterationen erreichen, weil ich in jedem neuen Schritt nach unten wieder in N Richtungen auffächern kann und auf die Art also N hoch M Iterationen erhalte. In den anderen Fällen habe ich ein oder zwei rekursive Aufrufe, das heißt, da passiert nicht so sehr viel und diesen Check kann ich in denärer Zeit vollführen. Das heißt, die Gesamtlaufzeit ist so etwas wie das Maximum von N 2 hoch M. Die 2 kommt von diesen Fällen ja, das ist also die maximale Rekursions oder die maximale Anzahl der Aufrufe für so einen Schritt für die Fälle, wo ich also nicht den Existenzquanto abarbeite, für den Fall, dass ich ein Existenzquanto habe, habe ich N hier und ja, ich nehme das Maximum und das hoch M, weil das die Tiefe ist und mal N, weil so viele Atome könnte ich auch im schlimmsten Fall finden, das stimmt nicht ganz, aber so viele verschiedene zugewiesene Atome und für jeden brauche ich N, um zu schauen, ob die Zeile in der Tabelle steht. Also das ist ungefähr meine Abschätzung, kann ich ein bisschen vereinfachen, N plus 2 hoch N plus 1 ist also ungefähr so die Obergrenze für die Laufzeit. Das heißt, wenn ich das mal abstrahiere, kann ich feststellen, die Komplexität ist Exptime und wenn ich mich nur für die Größe der Datenbank interessiere und das ist was, was häufig passiert in der Praxis, ist sie sogar in P. Was meine ich damit? Naja, in der Regel ist ja die Datenbank, das was hier mit N dargestellt wird, riesig, die Anfrage hingegen relativ klein. Also ich habe Terabyte von Daten, aber nur wenige Kilobyte von Anfrage. Ist eher nicht umgekehrt, ist eher unüblich. Und das bedeutet, man kann in erster Näherung die Anfrage als Konstante sich vorstellen und wenn das hier eine Konstante ist, dann ist es ein Polynom. Und deshalb ist es ein Pi. Also das heißt, wenn meine Anfragen über die Zeit meines Geschäfts nicht besonders sich verändern, also wenn ich immer die gleichen Datenbankanfragen stelle im ersten, zweiten und dritten Geschäftsjahr, dann wird dieser Exponent immer gleich bleiben, auch wenn die Anzahl meiner Produkte und Kunden sich jedes Jahr verdoppelt. Das heißt also, meine Daten werden in der Regel stark anwachsen, aber das, was ich mit ihnen tue, bleibt vielleicht ungefähr ähnlich und in diesem Sinne ist es ein Polynom-Jähriges-Verhalten. Und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Das bedeutet also, wir haben schon einmal eine bestimmte grundsätzliche Abschätzung hier für die Zeit, aber diese Abschätzung ist vielleicht noch nicht optimal. Wir haben gelernt, dass Komplexität auch bezüglich des Speichers sich abschätzen lässt und das können wir hier tun und erhalten tatsächlich eine bessere Eingrenzung als das, was ich Ihnen bisher gezeigt habe. Wie viel Speicher verbraucht dieser Algorithmus? Naja, der wesentliche Punkt hier ist, dass wir ja einen rekursiven Algorithmus haben, der an jeder Ebene verschiedene, mehrere rekursive Aufrufe braucht. Nicht immer, manchmal ist auch nur einer, aber wenn eine Konjunktion ist, brauchen wir zwei rekursive Aufrufe. Wenn ich einen Existenzquantor habe, brauche ich sogar N rekursive Aufrufe. Das braucht viel Zeitung, Zeit, ja. N mal der Aufruf heißt N mal Zeit. Aber es braucht nicht unbedingt viel Speicher, denn ich muss diese Aufrufe ja nicht alle parallel ausführen, sondern ich kann, so wie das die Vorschleife auch schon suggeriert, bei meinem Existenzquantor erst den ersten rekursiven Aufruf abarbeiten. Wenn dessen Ergebnis bekannt ist, dann schaue ich mir das nächste Element der Datenbank an, mache diesen rekursiven Aufruf und so weiter. In jedem dieser Schritte brauche ich also nur Speicher, um einen von diesen rekursiven Aufrufen bearbeiten zu können. Und bei der Konjunktion ist es genauso. Ich habe dort natürlich die beiden rekursiven Evaluationen, die ich mit und verknüpfen muss, aber ich muss die nicht beide gleichzeitig ausrechnen, sondern ich kann zuerst den ersten Term evaluieren, dann weiß ich, ob das True oder False ist. Und dann kann ich sogar Lazy, wenn ich möchte, den zweiten Term evaluieren. Also wenn False beim ersten rauskommt, brauche ich gar nichts mehr machen, dann weiß ich das False. Wenn True rauskommt, dann muss ich den zweiten noch evaluieren. Und das Ergebnis, das Gesamtergebnis ist dann das Ergebnis des zweiten. Also da muss ich nichts, aus dem ersten gar nichts gespeichert haben. Das ist nur Kontrollfluss eigentlich. Und ich brauche für meine Abarbeitung jeweils nur Speicher, der ausreicht, um einmal die gesamte Rekursionstiefe bis nach unten durchzugehen. Und das heißt, ich brauche nur relativ wenig Speicher, plus ich habe die Information, dass natürlich auch man viele dieser Dinge, die hier gespeichert werden müssen, mit relativ wenig Speicherbedarf abdecken kann. Also zum Beispiel, wenn ich einen rekursiven Aufruf durchführen möchte, der also einer bestimmten Teilformel in F entspricht, dann reicht es eigentlich aus, wenn ich mir einen Pointer speicher, der auf die richtige Teilformel in F zeigt. Das geht also in Log M in Bits, weil M ist die Größe der Formel. Ich muss einfach nur einen Pointer auf irgendeine Stelle in der Formel mir merken, damit ich weiß, in welchem rekursiven Teil ich gerade bin. Variablen Zuweisungen kann ich mir auch als Pointer speichern. Wenn ich jetzt, wie viele Variablen habe ich? Na ja, maximal M, wenn das die Größe der Formel ist, dann hätte ich also M verschiedene Variablen. Für jede dieser Variablen möchte ich ein Element aus der Datenbank speichern. Das kann ich wieder tun, indem ich einfach M Pointer speichere. Also das heißt, für jede Variable speichere ich eine Adresse, die nur log N viele Bits benötigt, die mir sagt, welches Element aus der Datenbank verwendet wird als Wert. Und auch die Frage, ob eine bestimmte Tabellenzeile in einer Tabelle vorkommt, kann in logarithmischem Speicher bezüglich N entschieden werden. Das mache ich einfach, indem ich systematisch iteriere über die verschiedenen Positionen. Ich muss nur merken, an welcher Position ich gerade bin. Das kann ich bin ja kodieren und dann systematisch durchlaufen und das prüfen. Also das heißt, Speicherbedarf ist gar nicht so sehr groß und man kann das grob zusammenrechnen, was ich hier brauche. Also M log M, das sind die Teilformen entlang der Rekursion. M log N sind die variablen Belegungen und log N ist nochmal der Speicher, den ich brauche für den Check am Ende. Also es ist ungefähr sowas wie das hier, M log M plus M plus 1 mal log N als Abschätzung für meinen Speicherbedarf. Und wenn ich das wieder ein bisschen verallgemeinern will, dann kann ich sehen, also das ist in P-Space. Das ist ein polynomierler Speicher. Logarithmen sind noch schwächer als Polynome, wachsen langsamer. Hier ist aber auch ein linearer Faktor drin, M mal etwas und M plus 1 mal etwas. Das heißt, das ist nicht nur logarithmischer Speicher, aber es ist linear mal log viel Speicher und das ist sicherlich polynomierler. Also das Ganze ist in P-Space. Und auch hier kann ich mir wieder überlegen, was passiert, wenn ich N als den Wert der Datenbank nur variabel lasse und davon ausgeht, dass M die Größe der Anfrage hier konstant ist und dann sehe ich, wird das eine logarithmische Funktion. Also wenn M eine Konstante wäre, dann steht hier einfach nur irgendwas Konstantes plus Konstante mal Logarithmus von N. Und das heißt, da habe ich dann einen Speicherbedarf, der nur noch logarithmisch wächst bezüglich der Größe der Datenbank. Das heißt, dann ist die Komplexität in L. Okay. Und wir erinnern uns, P-Space ist unterhalb von X-Time. Das ist also besser als die Zeitschranke, die ich vorhin angegeben habe. Und L ist auch unterhalb von P. Das heißt, das ist auch besser als die Zeitschranke bezüglich der Datenbankgröße. Okay. Das heißt also, an der Stelle sehen wir, es gibt die Möglichkeit, diesen Algorithmus unterschiedlich zu analysieren, aber es zeigt sich, dass diese Komplexitätsschranken tatsächlich optimal sind. Nämlich, dass wirklich man auch zeigen kann, dass das Problem schwer ist für P-Space insbesondere. Das heißt also, dieser einfache Algorithmus, der auf einer halben Folie dargestellt werden kann, ist schon eine optimale Entscheidungsprozedur für das Model-Checking-Problem in der Prädikatenlogik. Ist ja schon mal ganz gut. Blick auf die Zeit, sagt mir, wir sind schon ziemlich weit, ich will Ihnen die Schwere von diesem Problem auch noch zeigen, aber das würde ich mal auf das nächste Video verschieben, wo ich dann auch außerdem noch über ein paar Grenzen der Prädikatenlogik als Datenbankanfragesprache sprechen will, die uns auch schon ein bisschen in das nächste Themengebiet dann reinführen. sollen. Also beim nächsten Mal dann ja noch die Umkehrung dieser Argumentation, dass nämlich tatsächlich dieser Algorithmus schon optimal ist, den ich hier gerade analysiert habe. Okay, gut. Dann also bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. damit ich untergehen. Tschüss und auf wiedersehen. Dann kommen ja noch UV und Dann oder kommen wir jetzt wieder rein? Vielen Dank.